Was ist CSE Tools Kanalplanung? Wir haben auch DWA M150 oder dann noch für spezielle Anwendungsfälle Hüstem-Extran-Formate, Flutdaten. Das wären dann die zwei Geschichten, separate Add-ons. Ansonsten ist alles Bestandteil der Kanalplanung. Dann natürlich klar, um das Kanalnetz zu entwerfen, also die Netzelemente zu erzeugen, Haltungen, Schächte, Anschlussleitungen, Einzugsgebiete, alles was eben da dazu gehört. Und auch Bestandteil der Kanalplanung ist eine hydraulische Berechnung. Hier können wir stationär rechnen nach dem Zeitbeiwertverfahren. Man kann einzelne Haltungen bemessen für die Vordimensionierung und dann eben zum Schluss auch eine instationäre hydrodynamische Berechnung durchführen lassen. Hier unten auch nochmal der Hinweis, auch gibt es ein Profileditor. Das wäre auch ein separates Add-on, womit man eigene Haltungsprofile erstellen kann, die Teilfüllungstabellen damit berechnen lassen kann, um das dann auch bei der hydraulischen Berechnung mit zu berücksichtigen. Auch das Thema Sonderbauwerke kann durch eine separate zusätzliche Lizenz abgedeckt werden. Ansonsten ist in der Kanalplanung auch noch eine Aussubberechnung drin, womit man Rohrgräben berechnen lassen kann, Schachtbaugruben berechnen lassen kann. Und wie man dann hier sieht, dann auch noch weitere unterstützende Berechnungsfunktionalitäten, die ein Planer eben einfach so braucht. Also, dass ich die Position der Schachdeckel richtig berechnen lassen kann oder eben optimal den Konus damit ausrichten lassen kann. Die Höhen von Anschlussleitungen können hier berechnet werden. Ich kann Höhen aus einem digitalen Geländemodell übernehmen lassen. All solche Sachen werden dann natürlich noch ergänzt durch die Ermittlung von Kollisionen, damit das eben nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt während der Planung oder beim Bau dann letztendlich dann auch noch Darstellungsfunktionalitäten, damit man das Geplante dann entsprechend ausgeben kann. Da gibt es hier die Schachtskizze, das ist eine Schachtuhr in der Draufsicht plus dann eben auch noch automatisch ermittelte Schachtschnitte, genauso wie man hier auch Längsschnitte erstellen kann mit parallelen Längsschnitten, mit gemeinsamen Längsschnitten zu anderen Gewerken, meinetwegen irgendwelche Wasserleitungen, aber eben auch Querschnitte können hier generiert werden oder das ganze geplante Kanalnetz kann dreidimensional erzeugt werden. Letztendlich kann die Planung dann auch noch entsprechend in tabellarischer oder Listenform ausgegeben werden über verschiedenste Berichte. Es können Abfragen durchgeführt werden. Man kann sich hier eine eigene Datenprüfung anlegen, um das Ganze auf Plausibilität zu prüfen und das ist im Groben der Funktionsumfang der CSE Tools Kanalplanung.